Seit mehr als zwei Jahrzehnten entwickelt, fertigt und vertreibt PFM Medical in seinem medizinischen Fokusfeld Histotechnologie, Mikrotome und Laborgeräte für die Histologie und Pathologie. Sie überzeugen Anwender weltweit mit neuster Technologie und hoher Zuverlässigkeit. Quality made in Germany. In Kombination mit den Mikrotomklingen des japanischen Klingenspezialisten Feather, die wir als europäischer Exklusivhändler vertreiben, bieten unsere Mikrotome höchste Schnittpräzision für zuverlässige Resultate. Unsere leistungsstarken Schlittenmikrotome wurden nach dem neuesten und aktuellen Stand der Technik entwickelt. Das manuelle PFM Slide 4004M und das elektronische PFM Slide 4005E. Sie eignen sich für alle Anwendungen in Routine, Forschung und Industrie. Das elektronische PFM Slide 4005E ist das Ergebnis kontinuierlicher Weiterentwicklung gemeinsam mit Anwendern. Es verfügt über zahlreiche Funktionen für eine einfache und sichere Handhabung. Die bisher unerreicht leichtgängige und stabile Messerschlittenbewegung über die horizontale Kreuzrollenführung erlaubt ein ermüdungsfreies Arbeiten in der täglichen Routine. Der ebenfalls mit dem Kreuzrollenführungssystem ausgestattete vertikale Objekthub ist spielfrei und vermeidet Schwingungen. Diese einzigartige Technik sorgt für eine gleichbleibend hohe Schnittqualität. Um Verletzungen beim Einrichten der Probe oder des Messers vorzubeugen, wird der Schlitten über eine Arretierung blockiert. Ein farbig markierter Fingerschutz bietet zusätzliche Sicherheit im Bereich der Messerklingenschneide. Ein übersichtliches Touchscreen-System ermöglicht eine einfache und komfortable Bedienung. Proben lassen sich in XY-Richtung über das Objektorientierungssystem und der farblich markierten und spürbar rastenden Nullposition an den Stellschrauben sowie dem drehbaren Messerhalter einfach und schnell in die gewünschte Ebene ausrichten und an die Messerklingenschneide annähern. Eine große Auswahl an verschiedenen Objektklammern und Messerhaltern ermöglicht eine flexible und passgenaue Ausstattung der Geräte. Die Schnittdickenzustellung, Trimm- und Grobtriebfunktion sowie der Rückzug werden über einen elektronischen Schrittmotor gesteuert. Die Memory-Funktion speichert die zuletzt genutzte vertikale Position der Probe. Durch erneutes Aktivieren wird sie wieder angesteuert. Die Gehäuseoberflächen und die Schnittabfallwanne sind komplett eloxiert und leicht zu reinigen. Die Gä Europeanen, die Veröhnung und die Mä "...Germiete Klamourflächen", ein